wir sind gestern gestorben ich kann kotzen wir sind im großen moor gestorben ganz da hinten und wir müssen jetzt dahin laufen toll richtig toll also ich sag mal ich finde schon unverschämt dass hier das gebiet so ewig lang gezogen ist und wenn du dann stirbst wir gucken mal wie lange wir brauchen von unten bis oben so wir müssen hier entlang vor allem der wegpunkt war ja auch noch nirgends zu sehen unsere ausdauer reichen ich bist da hoch wir haben aber auch kein ausdauertrank dabei gerne wir müssen jetzt erstmal ausdauer auffüllen so acht da oben müssen wir hin ach du kacke ach du kacke so ausdauer ist wieder voll man 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 der wald hört sich irgendwie bedrohlich an okay da vorne müssen wir rüber und dann hier hinten sind wir gestorben dann ja wir haben fast zwei minuten hierher gebraucht so bevor ich jetzt irgendwas anderes mach machen wir das gut davon okay wo es war ein deutsch namen da ja ist ja gut du stirbst zuerst und dann stirbst du hey warum sie denn immer so weit abhauen nein du kommst mit hierher kommen das ist mir scheißegal wenn du stirbst das ist mir so latte jetzt so gold und die ganzen heiltränke guter leichter das 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 der kann weg da ist noch ein deutsch der haltränke nehmen wir auch noch mit gut gucken wir erstmal was hier alles noch um macht ja ja genau wo ist denn mein schatten schon wieder du kommst mal her bitte danke ich kann nicht noch mehr ja ich war es du sagst mal hier der machen aufräumen ich kann nicht noch mehr ja ist doch gut okay das war's jetzt erst mal total ich glaube ich muss noch langsamer wieder reparieren ich muss gucken wo es da lang geht hier guten abend so handeln das kann weg kann auch weg kann auch weg kann auch weg so den hier packen wir mal hier hin weg 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 gut dann zurück so was haben wir denn hier was wir noch aufnehmen können das hier und du willst schon wieder kämpfen gibt aber auch keine minute ruhe ne komm her komm her will ich hier überhaupt hin das war hierhin vielleicht okay hier werden wir also rausgekommen wenn wir über die brücke gegangen werden hier geht es gar nicht weiter hier ist der wegpunkt toll dann bleibt ein weise direkt hier kann beides weg ja ich glaube ich habe auch vergessen zu reparieren oder ich weiß es nicht mehr so wir hätten uns viel laufweg ersparen können wenn wir hier einfach hingegangen werden ja ja hier sind noch körper rüstungsschreien entschuldigung ich hatte auch glaube ich irgendwo unterwegs einen regeneration ich will erst mal weiter hier oben gucken so hier ist ende hier geht es rüber ich habe doch gar nichts mit dir gesagt dahin so ich sag drecksau und dieses gerät von amazon reagiert ich will ihren namen nicht sagen sonst kommt gleich wieder was da unten sind noch oh hast du auch den weg hierher gefunden das ist aber nett halt rank das hier weg ok ja jetzt ist die frage hierhin beziehungsweise hier drüben war mir auch noch nicht komplett moment was das kristallschwert braucht keiner ich würde sagen wir gucken erst mal hier unten ich habe mich warum sieht man so lange braucht macht ihn noch seit ziehen ich weiß es nicht ich habe keine ahnung was die so lange immer macht ok was hier drüben hier fängt der schinder dschungel dschungel an wo sind wir denn jetzt im großen moor ok da fängt der schinder dschungel an hier gibt es jetzt auch andere mops ok dann laufen wir einmal hier zurück kommen mit oh okay oh 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 ok ja ich muss ich muss dann noch mal hier aus geht es hier noch weiter was ist denn hier noch wir sind ab geworden ok amulett achsten gold ein guter heiltrank hier vorne habe ich glaube ich noch nicht alles eingesammelt oder doch ich muss ihn mal kurz aussortieren das kann weg das kann weg ja das ist sehr schön das kann weg das große morgen müsste doch auch irgendwann vorbei sein wo ist denn eigentlich mein idiotischer schatten schon wieder ah ja da kommt so kampf ist vorbei und sie kommt toll ja den einen mob hier machen wir noch und dann machen wir schluss für heute gut dann bis morgen ja 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 ja